Dass wir ein eigenes Produkt in Herknecht selber entwickeln, das ist auf jeden Fall mal was, eine Ähnlichkeit mit einem Startup hat. Das Herknecht Connected wird unser Kundenportal, über das wir zukünftig alle digitalen Produkte und Services für unsere Kunden anbieten wollen. Das ist ein Portal, in dem wir intern Daten aufbereiten und zur Verfügung stellen können. Wir möchten es einfach für jeden erreichbar machen und die Welt etwas revolutionieren. Das Herknecht Connected